Das ist doch das Problem des Westens. Absolut, stimme ich dir zu. Also die Familie ist ständig unter Beschuss. Was macht man dagegen? Da muss man sich doch dann hinsetzen und darüber sprechen, statt von einem Remigrationsprojekt zu sprechen. Ich glaube, okay, da bin ich jetzt dann nicht firm genug, was da die Maßnahmen sind, die jetzt die Rechte ergreifen will. Ja, aber das wird auch offenbar. Aber ich glaube schon, dass das Thema Familie durchaus eine Rolle spielt bei Rechten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist doch das Traurige, dass das so kontaminiert wird. Dass man in diesem Parteien-Spektrum über bestimmte Themen nicht sprechen darf, wenn man, sagen wir mal, etwas weiter links von rechts ist. Wenn man über Kinderschutz spricht, ist man rechts. Wenn man über Frieden mit Russland spricht, ist man rechts. Es gibt so viele Themen.